Ja, hallo ihr Lieben, Christian Emschermeyer hier, Patrapoort und so weiter und so fort. Ja, wir beantworten heute mal eine Mail zum Thema Unterschätzt werden, da kann ich tatsächlich eine Menge zu sagen. Genau, hallo Christian, in einigen der letzten Videos sprachst du von Unterschätzt werden oder Naivsein und ich fühle dazu große Resonanz. Gibt es eigentlich so viel fliegen? Das ist ja irgendwie Wahnsinn. Ja, also ich war und bin teilweise noch, ich bin Mr. Naiv, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Also gut, jetzt habe ich ein Stück weit, glaube ich, abgearbeitet, aber also meine Naivität grenzenlos, wobei ich jetzt überhaupt nicht so aus einer easy Familie komme, das kann man echt nicht sagen. Und da könnte man ja meinen, wäre man irgendwie nicht naiv, aber meine Naivität ist einfach, war sie schon immer, ja, ich fühle das. Mir begegnet das Thema als starker Pluspol in der Vergangenheit häufiger. In meinen vertrauten Mustern habe ich in diversen Ex-Beziehungen oder am Job oft naiv gehandelt und dadurch das Ansehen bzw. den Respekt verloren. Ja, das ist ja das Schockierende, dann wollen die Menschen, wollen doch eigentlich, dass wir uns netter behandeln alle und dann bist du aber jemand, der nett ist und verlierst den Respekt von anderen, nur weil du dir nicht vor Schienbein trittst und anderen krasse Grenzen ziehst und ich weiß nicht was, ich finde es traurig, aber ich muss mittlerweile auch ganz klar sagen, Respekt geht vor Liebe und auch wenn einem das keinen Spaß macht, nett sein, ich weiß nicht, wer die Welt so gebaut hat, aber mit nett sein kommt man nicht so übermäßig weit, muss man ganz ehrlich sagen. Also es sei denn Leute, die es wirklich verdient haben, die auch nett zu einem selber sind, das ist natürlich eine andere Geschichte. Also auf jeden Fall diese spirituelle Idee, wenn du nett bist, dann sind alle anderen nett zu dir, also falls es die denn gibt. Ne, man könnte es höchstens so sehen, dass man nicht nett genug zu sich selber ist, wenn man so viel nett zu anderen ist, vielleicht wird so ein Schuh draus, keine Ahnung. Trotzdem gelang es mir in einigen Momenten anscheinend einen großen Überraschungseffekt beim Gegenüber aufzulösen. Ja, ich kann dir sagen, wo das kommt, weil du wahrscheinlich dein Leben lang extrem pluspolig warst, jetzt hast du es langsam geschnallt, arbeitest dran und die denken, die können dich wieder überbügeln und du sagst dir, ne, sorry Leute, nicht mit mir so, hier ist meine fucking Grenze und dann sind die total überrascht, was ist denn mit diesem netten Mädchen los, was wir immer überbügeln könnten. Ja, so ist das. Sei es bei einer Trennung oder einem Jobwechsel. Die Verwundung der anderen war riesig und keiner hat damit gerechnet. Also ich fühle das total, das zieht sich bei mir durch mein komplettes Leben. Also das war schon so als, bei mir war es schon als Kind so. Ich konnte zum Beispiel, das ist echt so eine absurde Geschichte, also ich konnte echt gut Tischtennis spielen, so, ne, hatte aber so einen Spielstil, der so aussah, als wenn ich nicht gut spielen könnte. Ich weiß, schwer zu beschreiben, es sah irgendwie aus, als wenn ich der Ball immer in Zeitlupe zurückkomme, keine Ahnung, und dann immer Leute gegen mich gespielt und haben oft verloren und haben gesagt, what the fuck, was ist los? Irgendwie, ne, so verliere ich immer gegen dich. Und, äh, das, aber das zieht sich durch alles. Also es ist eigentlich, ich meine, jetzt auf YouTube wäre ich jetzt vielleicht nicht unterschätzt, das glaube ich jetzt nicht mehr, aber Leute mich nicht kennen, weil ich komme immer sehr defensiv rüber erstmal. Ich habe auch, weiß ich nicht, ja, will eigentlich, dass man einfach von 5. mit einem Namen umgeht und, ja, pack, pack die Keule halt auch nur aus, wenn es sein muss, aber das muss halt oft sein, ne, und, äh, das ist total, mich nervt das total, aber was willst du machen? Aber tatsächlich habe ich gelernt, dass Unterschätzen häufig nicht schlecht ist, also, weil du hast immer noch, ähm, ja, du hast immer noch Luft irgendwie, du kannst immer noch einen drauflegen und, ähm, ja, wenn Leute dich zum Beispiel, vorher habe ich ja auch viel Teambildings gemacht und ich weiß nicht was, und wenn Leute vielleicht buchen und denken, ja, das ist jetzt, ja, ist bestimmt ganz okay, die Firma irgendwie und dann lieferst du einen mega geilen Job ab, äh, ja, das ist halt, dann ist es halt viel geiler als andersrum, dass die denken, oh, das sieht aber alles hier so schön bunt aus und, äh, mega Teambilding-Firma und dann, äh, ist aber sehr enttäuscht, weil es doch nicht so cool ist, ne, also das hat viele Vorteile, es ist nur nichts fürs Ego, ne, ja. Äh, außerdem wurde ich anscheinend so unterschätzt, dass niemand glaubt, dass ich den Mut oder die Kraft dafür habe, wenn man die ganze Zeit schön unter dem Radar fliegt, ist man anscheinend für Überraschungen gut, genau, oder es ist eher Unberechenbarkeit, ne, es ist Überraschungen, ne, ich würde gerne mal deine Erfahrungen bei dem Thema näher interessieren, wenn du sie in einem Video teilen magst, du hast es ja immer nur abgerissen, aber mich neugierig gemacht, meine eigenen Erfahrungen damit zu hinterfragen. Ja, habe ich ja jetzt gesagt, also, ich finde es trotzdem, ich muss ja ganz ehrlich sagen, mir macht es wenig Spaß, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass alles im Leben geht um Grenzen, ne, Standards und Deerrecker, alles geht um Grenzen, äh, Grenzen setzen, und, ähm, ja, vielleicht ist es auch so, man muss ja auch nicht immer nur auf die anderen gucken, äh, vielleicht neigen wir Menschen auch dazu, wenn jemand wenig Grenzen setzt, neigen wir vielleicht dazu, wenn jemand zum Beispiel immer sagt, ja, ich mach die Überstunden, ich mach die Überstunden, äh, dann neigen wir vielleicht dazu, ey, wenn der Depp die immer macht, ja, soll er es machen, ne, not my cup of tea, neigen wir vielleicht dazu, das auszunutzen, ähm, aber gut, ich meine, so, sag ich mal, ein Mensch wird immer nur einmal, maximal zweimal von dir überrascht sein, dann wird er sich das merken und, äh, wird die Nummer nicht nochmal abziehen, also, aber es ist im Grunde genommen, ähm, nichts Schlechtes, wenn man oft unterschätzt wird, es sei denn natürlich, keine Ahnung, äh, man kriegt deswegen, einen Job nicht oder ich weiß nicht was, so, ne, da muss man vielleicht echt sehen, dass man, aber jetzt, äh, dass man in so einem laufenden Job zum Beispiel erstmal unterschätzt wird und dann, boah, ist aber echt voll geil hier, die neue Mitarbeiterin, das ist schon was Gutes, ne. Ja, in diesem Sinne, sehen wir uns bald wieder. Outro Outro Untertitelung des ZDF, 2020